Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Im letzten Part hatten wir ein schönes Wiedersehen mit unserem Käpt'n, der auch nur seine Arbeit getan hat und haben Cherrier wiedergefunden. Und ja, jetzt sind wir hier in den Ruinen von Walbrück wieder und wollen mal gucken, was wir so machen. Ähm, ja. Nehmen wir einfach mal ein paar Kämpfer mit. Oh, Herr Verge, komm! Pascal kann sowas auch? Schon! Okay, theoretisch würde ich die Leiste noch mal auf eins bekommen währenddessen. Hm. Könnte ich halt noch einen Mysticard raushauen. Aber schön, dass wir das von Pascal da noch schon gesehen haben. So, jetzt soll ich wahrscheinlich wieder zurückgehen. Äh... Ja. Mhm. Und dann hier weitergehen. Und dann den anderen Goldenen nach oben bringen. Und hier ist auch schon wieder ein Grüner. Mein Gott, wie viele Wege! Ich meine, hätte ich kein Guide. Ist auch kein Problem. Irgendwann würde ich das dann halt machen. Und bekomme Probleme. Ist nur, die Zeit wäre viermal so groß wie jetzt. Ist halt wirklich so. Das ist kein Scherz. Und, äh, deswegen mache ich das trotzdem danach. Ist in diesen Sachen schon ein bisschen hilfreich. Aber bei einigen Sachen kannst du auch ankotzen. So. Ich hoffe, das hier ist das, was gemeint wurde. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Noch ein, äh, C für Titel. Irgendwann werde ich das benutzen. Definitiv. Und das wird wahrscheinlich permanent, aber auch wirklich permanent in dem Mixer drin sein. Ähm. Und dann jetzt hier runter. Wären wir wahrscheinlich zu dem goldenen kommen, den wir gerade runtergeschubst haben. Buh, 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 buh. Gleich direkt hier runter? Ach ja. Hm. Hm. Von da sind wir ja gekommen eben. Ah, Gegner. Erz. 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 Du auch. Geht. Ich drück die ganze Zeit noch nach oben. Okay. Ich hab oben den Blitzschlag. Warum kam jetzt ständig was anderes? Äh, natürlich mein Titel. Ist die ganze Zeit das hier gekommen? also zwischen oben und dann ein bisschen links halten ist ein definitiver unterschied hierzu okay sind wir richtig weiß nicht den hier auch wieder im goldenen ja jetzt könnten wir hier zu einem grünen gehen okay jetzt auch wieder irgendwas also elif regeneriert sich doch gerade im moment hatte ich hatte ich doch eben was ja jetzt kommen wir hier so hin aber welchen sollen wir jetzt nehmen so ja wir sollen hier runter das haben wir uns gerade zusammen gebastelt muss aber was schönes sein buch des vorrangs dies buch stellt elf wieder her wenn deine maximale kombo ein vielfaches von zehn treffern betrug das wiederherstellen ist immer gut so dass wenn ich viel herstelle sonst ist hier nichts okay das war also alles für dieses buch hätte ich wahrscheinlich so nicht sofort gefunden das hätte der lang gedauert hätte ich meinen weg hier gefunden hätte nicht alles vorbereitet haben komme ich da hin und nach stunden irgendwie geschafft so holen wollen wir jetzt zweimal westen alles klar dieses grüne hier ist uns anscheinend egal norden das norden dann wieder hoch gehen dann nach süden nach osten und dann können wir uns auch wieder warpen alles klärchen mein gott das war mal wieder ein abenteuer hier das war mal wieder ein abenteuer so 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 hier können wir uns nichts nehmen obwohl da so viel ist alles klärchen und jetzt jetzt ähm danke schön dass ich den weg jetzt weiß So, das war zweimal hier hoch, ne? Eins und nochmal. Wir sollen nämlich wieder dahin, wo er ausgerastet ist. So, willkommen, willkommen. Hä? Sind wir hier nicht richtig, oder wat? Doch, dachte es mir schon. So, ich weiß nicht, ob es nicht richtig, oder? So, ich weiß nicht, ob es nicht richtig, oder? Seine Augen sehen schon wieder ein bisschen komisch aus. Wenn Verona falls, the war will be over. Then this country will know what it means to face true justice. Hm? Who are you? Scheria Barnes, it's been a long time, your highness. Scheria? Scheria came to help the wounded. They're still citizens of Wingdor. Those who stand against me have no place in my kingdom. Uh, but Richard. Everyone must know the consequences of disloyalty. This is why I plan to have the traitors executed. They nearly killed me. Their crimes are unforgivable. Death is the only thing those scum deserve. Yeah, er guckt auch schon ein bisschen verdutzt, der da recht. Do you really think so, Asbel? They weren't fighting you because they wanted to. Only a coward would kill his own citizens out of fear. You dare lecture me on the rules of proper kingship? No, I'm just trying to help. Silence! I will hear no more of this. Do not forget your place simply because I have shown you kindness. Your highness. Take his highness inside and fetch a doctor immediately. Asbel Lott, you are suspended from duty. We shall consider your recent behavior and decide an appropriate punishment. What's got Ninda Richard? Are you and Richard fighting? But you're friends. Friends? Yeah, we're friends. But I just don't know what he's thinking anymore. I'm worried about him too. I know. He never used to get angry like that. His highness has recovered. Also, we have decided to postpone the decision on the fate of the prisoners. For now, they will remain under guard here in Wall Bridge. Thank you. You, however, are ordered to distance yourself from the prince. Yes, sir. You are free to continue fighting for us. But we'll no longer be afforded any special treatment. Understood, sir. Well, this day has been a little nuts. Oh, hey, Sharia. Are you all done zapping the wounded? So what you gonna do now, Asbel? From how the duke spoke, I don't know how much longer I'll be welcome here. Will you go back to Lant? I have no place in Lant. You know that. But maybe if you talked it over... Why bother? I was never fit to rule anyway. That's not true. So, how are things in Lant right now? Well, Hubert is... He's doing a lot for the people. He was actually the one who suggested I start the relief organization. I see. All right. For now, I'll stay here and fight for Richard. Even if he's angry with me, I can still help. Plus, who knows? Maybe he'll change his mind or something. Um... Do you mind if I come with you? If he invades the capital, there will be a lot of people who need our assistance. And I... I don't want to leave Sophie again. You know, I can take care of you too. If you just liked me. All right. If that's what you want, Sharia. Thank you. And now we have again four members, who can camp, I mean, I don't know. Yeah, it's going to be. What for titles are you doing? Immer noch die paar. Ähm. Ja, and people, who are not here, get out of the way through Auftrags don't have any FPV from there. Ähm. Ja. Zweimal nach Norden sollen wir gehen. So sei es. Ist das jetzt einmal nach Norden gegangen oder zweimal? Ich glaube, er meint wirklich so die Türme und nicht die Türen. Dann sollen wir einen Flur nach unten gehen. Oh, diese Türme. Ich werde Kirre. Und dann nach Westen rausgehen. Ja, wir sind, wir sind hier richtig, gut. Ähm, Turtle? Wo ist denn hier ein Turtle? Ah, hi, Turtle. Wie kann ich euch helfen? Nein. Neue Ausrüstung gibt es nicht. Doch. Für, für. Cheria. Aber Stahlschirm, die Kasse haben wir schon zweimal. Äh, können wir da nicht ausrüsten? Cheria. Nope. Weil wir die zweimal ausgerüstet haben. SK 7 bis 7. Jo. Gut. Das muss ich ja nicht unbedingt noch einmal kaufen. Mixer ist voll. Dualisieren, dualisieren. Nicht vergessen. Dualisieren. Haben wir was Neues? Nein. Immer wieder nachschauen. So, dann ist hier die Truhe. Nette Kamerawechsel. Oh, ein bisschen Geld. Dup, 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 dup. Jetzt einfach nur nach Norden. Können wir nicht hier irgendwo speichern? Verdammte Scheiße. Warum gehe ich jetzt wieder zurück? Ja, Alice wieder. Mixer wieder voll machen. Holy shit. 120. Aha. Wir haben hier keinen Speicherbomb. Das ist schade. Wie lange nehmen wir schon auf? Das ist schade. Ich verstehe. Wir machen unser Bestes. Eine Kommando-Kommando-Unit? Sieht so einfach, dass wir was wir wollen! Sheria, Hubert... Jeder hat ein Platz und ein Ziel. Aber was für mich? Sieht so. Sieht so. Es wird nichts verändern. Jetzt mache ich nur, was ich kann, um zu helfen, Richard. Was für dich? Landstraße Südbarona. Wir sollen jetzt nach da oben. Okay. Kaum zu rechtfertigen. Du warst bei Richards Seite, Asbao. Könntest du ihn nicht stoppen? Komm schon, Sheria. Du fühlst nicht so schlecht für Richard? Er war fast von seinem eigenen Onkel. Ich versuche zu verstehen, aber... Es ist schwierig. Ist mehr Kampf wirklich die einzige Lösung? Ich verstehe, dass du dich entschuldig fühlst, Sheria. Aber... Ich glaube nicht, dass du damit sehr fair bist. Warte! Du musst nicht... Oh, Asbao. Kannst du nicht sehen, dass Richard hier falsch war? Ja, irgendwas stimmt mit Richard nicht. Das wissen wir ja schon. Gut, ähm... Wow. Okay. Gut. Ich werde dann wahrscheinlich ab diesem Zeitpunkt weiter voraus ein bisschen wieder die Titel leveln. Das mache ich ja jedes Mal ein bisschen. Aber wir werden trotzdem von hier starten, denn auf dem Weg können wir einige Sachen machen. Ich sag, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Viel Spaß und Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.